hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge im galactic survival hier im legacy imperium mit dem pferde check mir natürlich ja wir wollen mal gucken wir wächst aus technisch wir hatten ja in der letzten folge den schön hier gebaut das schöne raumschiff hier da ich mir noch überlegt was haben wir denn eigentlich was ist hier oben drauf jetzt der stahlblock ist nichts hier ich habe überlegt ob wir noch ein paar geschütze um drauf hauen raketengeschützt oder sowas ich wollte einmal kurz pflücken gehen noch nicht fertig noch nicht fertig und diese schwer durch ja und doch ich würde gern heute in dieser folge ein bisschen die basis erweitern die grabe arbeiten das werde ich raus hatten und aber das setzte blöcke und so weiter werde ich euch natürlich mitnehmen ist nichts besonderes jetzt nur noch ein bisschen brauchen noch mal ein bisschen fläche müssen wir mal gucken wo war das genau machen würde sagen hier oder direkt neben dem gewächshaus hier so oder hinten müssen müssen wir einmal dahin gehen so wird mal das schon einladen wo man ja war schon wieder ein taxid hat hergestellt kühlschrank eingabe so dass uns hier mal gucken ich will mal diese seiten und hier mal mal gucken wie das hier aussieht aber knapp entweder hier oder hier denke hier könnte man schön raumschiff hinstellen das ist ein bisschen zu viel berg an der seite und hier ist die fläche war auch ein bisschen sehr hügelig na ja ich werde dann da werde ich die seite hier nehmen genau nehmen wir die seite also die hier wenn wir uns in den in den hoover duck von dark creature einsetzen also den dark creature hoover wie auch immer das gar nicht warum mich ein er geschrieben habe ich muss eigentlich ein c schreiben der dc und nicht die er habe ist mir nach vor ewigkeit schon aufgefallen gucken hier schützt für waffen kann man machen dann müssen wir jetzt erst mal raus hier leicht wie eine feder leicht wie eine feder ist was habe ich jetzt gesagt und hier neben dem gewächshaus nach so da werde ich jetzt die fläche bearbeiten ein bisschen kommen dass wir noch eine spezielle höhe hier kriegen und so weiter und dann werde ich das hier frei schaufeln und da mache ich den cut weil ich habe gemerkt das guckt ihr nicht so gerne das schaltet hier immer aus ihr pösen ja und da sehen wir uns gleich wieder bis gleich so meine lieben da bin ich wieder ich habe jetzt hier ein bisschen das eingeebnet mit meinem hoover duck creature hier ein bisschen platz haben das ungefähr an die mauer anschließen er hat gerade nur 369 blöcke hergestellt aber wollen mal gucken für was schaffen wird mal mit der drohne so und dann werden wir mal die ansetzen was geht das schon ich glaube hier doch das kriegt er noch hin glaube ich nachkommen fimmelige drohne wieder hier da muss ein bisschen nacharbeiten muss ja fälschig mal woanders hinstellen mich natürlich ich rede immer aus der drinnen person nein ich bin nicht verrückt aber ich bin irgendwie so angewöhnt mal 30 noch hier mal vernünftigen platz haben wo wir dann hoch können und die schiffe abstellen können 25 na gut das wird jetzt nicht mehr so prickelnd aber reicht ich glaube das reicht sogar so haben wir schon eine schöne fläche hier schauen wir mal dass wir hier noch ein bisschen was weggebaut kriegen warte ich jetzt noch was hier noch ein bisschen was weg kann dass wir unsere unsere schiffe und hoover und alles auch mal ein bisschen besser platzieren können mal kurz soll ich dann machen da kann ich dann gehabt ein bisschen graben ganz bisschen noch dass sie eben hinbekommen schon ok so ein bisschen und hier ein bisschen der hier noch hin der neuen hin machen wir schon eine schöne fläche wieder so glaube ich ja nicht mehr so konstruktor ausgabe 115 noch mal so so würde ich sagen jetzt mal reicht das ja jetzt wollen wir noch kurz die base noch mal zurück jetzt mal gucken wie ich das mache hier am besten werde die hier mal weg machen ungefähr wieder eine gleiche ja ich werde das so machen die mache ich weg ich habe doch schon das nachgeladen da muss man das hier müssen weg machen so 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 und na er will nicht na aber so und da werde ich jetzt einen Fahrstuhl reinballern dafür brauche ich doch einmal äh Mist habe ich doch noch ich dachte sie ist weg ich dachte ich hätte sie weggemacht äh was wollte ich jetzt ach so ja kann ich abbrechen dafür brauchen wir nicht mehr Basis Fahrstühle nur fünf ich weiß nicht mehr vier oder fünf so weg mit der zementar und hier so so haben wir hier einen Fahrstuhl können hier hoch haben wir noch einen drauf so bleibt einer übrig dann werden wir das noch eine Runde lackieren hier hat ihn hier genommen diese dinger hier aber ne wir nehmen andere jetzt und zwar schwarz den genau noch ein bisschen größer dann müssen wir uns noch um die Wellgun-Modition kümmern dann können wir auch schon bald zum kern der stadt zum kern der stadt so hier noch ein bisschen passt da hat luft und wackelt hier drüben noch was hin machen weil ich glaube ich ziehe eine kleine Mauer so dann werden wir erst mal wieder bevor ich es vergesse wieder auf den machen dann lassen wir den mal so ups so können wir hier eigentlich noch einen hinziehen dann habe ich jetzt hier schon texturiert aber macht ja nichts so warte mal ja hier hin und da werde ich hier noch eine kleine Mauer ziehen so in etwa so wo ich das in etwa haben oh Quatsch mache ich ja Müll hier ne hatte ich die Dinger schwarz und rot hatte ich die schwarz nehmen wir erst mal oder ja oben schwarz vielleicht wie so oder so so ne ist richtig so einmal hier und dunkles rot hatte ich ne oh ne hier kommt der gar nicht hin einmal schwarz und hier hatte ich dann weiß die Dinger ne so ja gut haben wir das auch oh hier habe ich falsch lackiert ja hier habe ich auch noch nicht richtig gemacht ne so jetzt aber dann werden wir jetzt noch eine andere Textur nehmen Symbole letzte Seite wenn wir uns den hier noch erstmal machen so auch ein bisschen hübsch gemacht so dass wir das so ein bisschen einsehen können dann werden wir aber nicht hier sondern hier machen falls wir da eine Repair Station hinballern hab ich gerade gesehen da ist auch eine Textur noch nicht richtig Fahrstuhl muss noch ein bisschen texturiert werden soll ja ein bisschen nach was aussehen wenn wir hier immer am starten und landen sind finde ich geht ja schnell so finde ich dass man das nicht durchgehend machen kann hier soll jedes mal klicken muss man bei normalen Textur nicht auch Symbole so machen kann weil gerade bei sowas müsstest du das jetzt spammen und das ist naja jedes mal vor allem wenn ich richtig große so große Flächen machst ist schon ein bisschen ätzend oder sowas hier muss auch immer einserklicken ne so ätzend das war schon richtig klack-klack-klack dann lassen wir das doch erstmal so gucken eventuell mal eine Reperto-Plattform noch hinballern in der Mitte vielleicht sinnvoll also stark beschädigt werden das ist ja nur kein ultra kampfschiff was wir da haben werden bestimmte starkes feuer auf uns ziehen werden so einfach zur stadt mit auch nicht hinkommen da stehen auch genug andere türme rum abwehrtürme und so ein mist die müssen wir uns mal ausschalten dass wir da richtig hinkommen so und dann lasst mal gucken ach so was hat jetzt ja jetzt noch nicht richtig textur nein wieder falsch sie auch so lang ziehen so namens mal gucken wir brauchen also reparatur plattform haben wir glaube ich sogar oder wenn nicht eine gelootet ja so warte mal meine ruhe gucken jetzt hier ich sehe schon wieder gar nichts ja guck mal hier haben wir noch ein teil dann ach guck mal hier auf ihr fahrstühle lol vielleicht gar nicht bauen brauchen das ist nix auch nix ich habe gar keine reparatur station aber ich werde man auch hiervon einnehmen hätten wir noch ein wifi verbauen so das kann hier mit rein oder dann können wir den fahrstuhl hier mit rein packen extra gerät nehmen wir auch schon mit rein da müssen wir gucken hier können wir doch bestimmt bauen naja hier den brauchen wir und den brauchen war so bauen wir nicht die schnell noch fertig dann können wir nicht auch gleich das schiff abspeichern dass wenn es da draufsteht dann falls dann kaputt geht können wir es hier einfach ein laber fehler können was gleich wieder hier aber reparieren ich nehme gerade frühmorgung auf meine lieben verzeiht mir ich bin ernsthaft was finden jetzt strom spulen was bräuchte für strom spulen zarkosium nähe nicht dein ernst nicht dein ernst ich habe doch jetzt zarkosium oder mir warte mal aus was stellt man die her der kurzen bachen da werde ich die einschmelzen also verwert meine ich ja man soll es wieder aus dem fall jack dann wird es auch was mit dem verwerten warum er die dinger nicht dem verstehe ich auch nicht weil sie so ein bisschen geklackert im hintergrund hörst man das ist mein kater der wir jetzt unbedingt rein aber ich habe keine zeit er geht nicht mehr er macht es nicht nein shit das geht nicht gibt es nicht eine andere möglichkeit um das zarkosium daraus zu kriegen ja na ach so ein mist man macht das echt nicht so ein mister woanders kriegen wir das auch nicht mehr raus na moment mal mein leben klein cut da bin ich wieder muss mal schimpfen hier mein gott springt die ganze zeit an der tür wie so ein wahnsinniger so habe ich das ach das war habe ich in der hand lol also ich wollte jetzt sagen wir haben das wifi gelassen jetzt hier wann bin ich blind leute da doch hier ich wusste doch dass ich welche habe ja blind auf dem auge ist man sollte nicht am frühen morgen aufnehmen ach siehst du noch mal moment oh das nervt dass das raus das rein das sind so kleinigkeiten die muss ich gemacht haben er sonst werde ich hier wahnsinnig in so ist richtig da 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 immer rot naja da können wir auch man ja ja wenn wir auch machen schwarz schwarz und immer wieder rot da oben sieht das so ein bisschen einheitlicher aus wenn ich das ist irgendwie weiß ich nicht das hat irgendwie das hat irgendwie was symbole und nicht nur rot so ok schön so haben wir das auch sollte ich jetzt die knutschkugel könnte man eigentlich demontieren jetzt wo wir das andere schiff haben das mache ich auch mal schnell oder das geht ja schnell aber noch schnell weg hier ich das brauchen wir nämlich nicht mal gucken dass wir den kern nicht abbauen außer sehen ja weil die im weg steht naja das ist alles platz den ich brauche den ich nicht habe deswegen würde ich das hier weg haben da hätte man den sprit erst noch rausholen müssen alles egal oder passen die knutschkugel jetzt auch nicht rein so der kern steht rechts zum beispiel guck mal wo der kern wo sie den kern verbaut haben hier lustig einfach so an der seite irgendwo was im winter voll oh oh was sagt der ausgabe kiste bauteile ja das gehört dazu nein der schwer weg gemacht soll hier bleiben die kommen auch mit rein der kommt weg so mit dem oh jetzt habe ich meine landefläche abgebaut ein block wieder neu noch ein wolfhain so man sieht das schon etwas besser aus mein gott da sind so viel blöcke glaubt man gar nicht was so ein kleiner und kleines dinge also für blöcke hatten dann sagen wir so kindes parkestell nicht weg schon hier nachladen gleich sind wir fertig dann wahrscheinlich schon wieder die hälfte wieder ausgeschaltet weiß auch nicht wenn ich das mir dann immer angucke ihr schaltet immer ab wenn ich was abbaue oder wenn ich irgendwie ja wenn ich ärzte baue oder irgendwie sowas hier machen dann schauen die leute mal aus ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum aber was ist da da so uninteressant geht doch schnell oh der soll das ding weg bauen was macht er denn hallo hallo alter die diese hitpoint fläche davon ist so minimal von diesen komischen fahrwerken fahrwerken ja so hä wer ist faser entfernt in drei minuten ach inventar voll schwer ich bin schwer voll ne die nicht die noch so bauteile eingabe so achso warte mal ich brauche noch bauteile was haben wir hier betonblöcke genau äh auch hier der kann auch weg so nein so so aufheben rein äh konstrukte eingabe hier hin Pistole raus ähm hä wieso na was mach ich denn hier so das 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 und das so so wieder platz hier knuschkugel die knuschkugel ist weg ja wieder richtig schön für platz gucken wir mal dass wir das so ein bisschen mittig hier hinbekommen das das mal mit der drohne gucken ne ich weiß ja auch nicht was jetzt die mitte ist ungefähr die mitte hm hm ich weiß nicht hm wieso das ist ungefähr die mitte ja ne ungefähr das müsste ungefähr passen äh aber ich will noch einen machen warte mal mach ich den daneben oder da drunter ich mach den da drunter warte mal das wifi will ich hier noch einen haben dann habe ich noch mehr reichweite hier haben wir und jetzt kommt der block hier rein zack haben wir auch so seht da haben wir gleich ein reparaturmodul und das hier hier soll jetzt die anlage hin deswegen habe ich hier ein bisschen platzklassen hätte ich vielleicht sogar zwei machen können ne ne einer reicht ja ne doch einer reicht sehr schön so und dann machen wir das mal oh wo wäre die mitte hier ungefähr dass das so ein bisschen nach was aussieht so schön schön guck ruck zuck in einer folge eine ganze landefläche gebaut so jetzt können wir das kann hier mit rein jetzt wollte ich noch gerne gucken ähm was wollte ich ach ja jetzt weiß ich was ich wollte ich wollte noch ich hab schon wieder vergessen ich hab schon wieder vergessen ich hab schon wieder vergessen ah was wollte ich nicht jetzt ach ja jetzt weiß ich ja ah hier hier gehweg und geländer sl stahlplatten stahlplatten ach gibt es jetzt zwei verschiedene gab es die schon immer nein so ne so falsch ähm ja ich weiß nicht mal über 100 hier auch 50 so dann kommen wir schnell aus dem quark hier auch schatz essen schwer weg ja es geht immer so schnell runter na so essen ist auch weg wir nähern uns auch langsam beim folgen ende aber ich möchte gerne noch mal gucken wir schauen wir schon mal 50 knapp 50 wir können auch schon mal warte mal naja nicht die drohe noch falsche taste f4 ähm den hawk kontinär kontrol moment munition können wir hier schon mal mit rein müssen sowieso einmal in den hawk rein wo ist denn der hawk jetzt wir können auch schon mal auf das flugfeld fliegen dann steht er hier auch nicht mehr rum so das ist noch zack so jetzt haben wir das auch muss auch nochmal ach so und ich muss was mach ich denn hier so ich da schild brauchen wir grad nicht so oh der geht ja ab wie feuer äh ich habe Hunger so guck mal oh falsche richtung ich muss so gucken so nein noch nicht noch nicht andocken ähm einmal drehen sehr schön riecht aus hat das schilder ich doch gar nicht an vorhin ne so und dann warte mal wie ging das dann mal jetzt muss man hier speichern oder so ne muss man das nicht irgendwie speichern typ menge kein repartor muss gewählt was schein reparieren 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 nach vorlage hä ich weiß nicht mehr wie das ging ja lol Eisenbarren keine ahnung wie das ging weiß ich gar nicht mehr und das jetzt irgendwie speichern oder so so speichern als ne ne doch hier schaden speichern ah speichern als mein kater naja ich muss jetzt eh die folge enden der nervt heute echt meine lieben meine lieben so warte mal wir wollen noch ganz schnell hier was machen so das wollte ich noch machen hier ne so ein geländer hier ne so sollte das aussehen den lassen wir so den 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 ach dann habe ich ja viel zu viel erstellt ich wollte ja nur ich wollte ja nur eigentlich noch hier so ne so damit das nicht ganz so doof aussieht das dekoriere ich dann nochmal in der nächsten Folge oder so mal schauen ja jetzt haben wir ein flugfeld noch gebaut uns ein bisschen erweitert hier hier stelle ich jetzt noch den huber und alles auch noch mit drauf und ja ich würde sagen dass wir uns in einer weiteren folge wieder lasst mir ein abo da um keine weiteren folgen zu verpassen daumen nach oben würde ich mich sehr darüber freuen würde ich mir sehr mit weiterhelfen ja wir sehen uns bis denn tschüss